Einen wunderschönen Start in die neue Woche, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu unseren heutigen Handelsideen mit Ticmill, ihrem Broker für Forex, Aktienindizes, Rohstoffe, Anleihen und Kryptowährungen. Da heiße ich Sie ganz ganz herzlich willkommen zur Besprechung unserer heutigen Handelsideen. Wer das Ganze schon nachgeschaut hat im Blog, heute geht es um das Cable, US-Dollar, Schweizer Franken und US-Dollar, japanischer Yen. Guten Morgen, Ludger, guten Morgen, Elena und alle, die hier heute auch wieder live zuschauen. Wenn Sie mögen, scheuen Sie sich nicht, geben Sie ruhig das ein oder andere Kürzel hier im Chat mit ein und dann kann ich den ein oder anderen Chart, den Sie besprochen haben möchten, hier im Live-Webinar auch direkt einmal ansprechen und mit Ihnen gemeinsam einen Blick in das, was dort passiert, auch werfen. Mit dem Start in die Handelsideen natürlich wie immer der Risikohinweis der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das ist im Trading auch so. Ludger, danke für die Wünsche hier an dieser Stelle. Was steht heute bei den Nachrichten auf der Uhr? Wie immer ein Blick in die EU beziehungsweise die USA. Weitere Werte sind hier natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass man auch mal schaut, wer ist denn hier heute wann mit irgendwelchen Nachrichten dran. Das machen wir gleich auch mal. Zuvor hier die Vorbereitung um 9.55 Uhr gibt es den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland und um 16 Uhr den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA. Ich sehe gerade, der Alexander ist auch hier schönen guten Morgen. So, wie geht es weiter? Thema Einzelhandelsumsätze in Deutschland, die kam heute um 8 Uhr. Ich bin mir nicht sicher, warum das Ganze hier noch nicht aufgeführt ist, aber da schauen wir dann auch gleich noch mal in den Kalender rein. Alfred, guten Morgen. Ja, was gibt es noch heute? Arbeitslosenquote um 11 Uhr. Dann haben wir das Treffen der Euro-Gruppe heute ebenfalls noch, auch am Vormittag hier. Die starten um 10 Uhr und um 15 Uhr gibt es dann Nachrichten oder beziehungsweise keine Nachrichten, aber es spricht ein FOMC-Mitglied. Das kann ja die Märkte auch immer in die ein oder andere Richtung mitbewegen. Gleich ist dann noch einmal am Abend hier um 18.50 Uhr. Da gibt es noch mal eine Rede von einem FOMC-Mitglied und das sind die wichtigsten Nachrichten heute hier für den laufenden Tag. Ich sehe gerade auch im Chat, gibt es noch ein paar guten Morgen. Grüße Olaf, auch schön dich hier heute begrüßen zu dürfen. Also, das sind die wichtigsten Nachrichten aus der Eurozone und der EU beziehungsweise Deutschland. Und ich hatte ja gerade versprochen, wir schauen einfach noch einmal nach, was hier beispielsweise heute in Großbritannien kommt, wie sie das machen können. Hier, kleiner Live-Einblick, beispielsweise die Seite von investing.com. Da gibt es die Nachrichten und da können wir in den Wirtschaftskalender hineinschauen. Und da sehen wir hier beispielsweise heute die Einzelhandelsumsätze. Jetzt haben wir sie da. Wir hatten eine Prognose von 0,4 Prozent, hatten allerdings hier einen leichten Rückgang. Inwiefern das die Märkte jetzt negativ beeinflusst, das können wir jetzt noch nicht sagen. Wir haben gerade mal den vorbörslichen Handellauf. Mal sehen, was der Markt heute im Laufe des Tages daraus macht. Aber wir wollten hier einfach mal schauen, was hier beispielsweise in Großbritannien oder der Schweiz heute noch an Nachrichten kommen. Da klicken Sie einfach hier auf den Filter und dann können Sie hier einfach sagen, okay, wir packen mal noch dazu das Vereinigte Königreich. Und was war es noch gewesen? Die Schweiz wollten wir noch dazu haben. So, Schweiz haben wir hier. So, und dann können wir gleich mal noch Japan dazu machen. Wobei ich denke mal, in Japan ist alles durch. So, hier, da haben wir das. Und dann sehen wir jetzt hier gleich die wichtigsten Nachrichten. Hier, ich habe die Relevanz 3 und 2 ausgewählt. Und da sehen wir heute, dass wir, wo steht es hier geschrieben, in 40 Minuten sogar, bekommen wir in der Schweiz die Einzelhandelsumsätze. Also, das kann eventuell sich auf die Währung zum US-Dollar auswirken. Was gibt es entsprechend noch? In Großbritannien haben wir hier was um 10.30 Uhr. Da gibt es auch den Einkaufsmanager-Index. Also, heute ist so ein bisschen der Tag der Einkaufsmanager-Indizes. Sie sehen es hier. Und das sind Dinge, die können Sie sehr, sehr leicht auch selbst machen und sich auf Ihre eigenen Währung auch die wichtigsten Nachrichten raussuchen, damit Sie hier nicht überrascht werden, wenn es in die ein oder andere Richtung entsprechend auch geht. Also, das mal zu einem kleinen Ausflug hier in den Wirtschaftskalender. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt in die Charts hinein. Hier starten wir heute mit dem Cable, würde ich sagen. Sie sehen hier gerade noch den S&P 500 offen. Der hat am Freitag eine ganz interessante Wendeformation auch mit bestätigt. Wir sehen es ja hier, dass der Markt hier an dieser Linie immer so ein bisschen hin und her getingelt ist und wieder nach oben abgesprungen ist. Jetzt haben wir über Nacht schon die Bestätigung bekommen. Und schauen Sie mal, was er rausgenommen hat. Vorliegende Tageshofs. Also, es ist immer wieder interessant zu sehen, wie gut bestimmte Sachen funktionieren. Und diese funktionierenden Muster, die können wir für unser Trading halt auch immer wieder antizipieren. Deshalb gibt es hier in den morgendlichen Besprechungen auch immer wieder Blickpunkte auf solche Sachen, wie wir sie ja gehabt haben. Wendeformationen aus den Korrekturen heraus. Oder wenn wir schauen, wie arbeitet denn der Markt an Unterstützungen und Widerständen. Das sind immer wichtige Faktoren, wo Bewegung in den Markt reinkommt. Und das ist ja das, was wir hier entsprechend brauchen. So, jetzt genug zu Währungen bzw. zu technischen Signalen, wie die ganzen entstehen. Schauen wir uns das Währungspaar hier mal an. Den Great Britain Pound US Dollar, also auch bekannt als Cable. Interessante Situation macht hier aktuell diese hellgrün markierte Marke von 1,30 4,39 aus in meinen Augen. Warum? Weil wir hier, den Bereich dieses Ausbruchs nach oben hatten. Und das ist ein Markt, der so ein Level, das wird auch immer gerne mal angetestet. Hier in diesem Chart spielen jetzt mehrere Sachen eine Rolle, aber wir beziehen uns einfach mal auf das, was aktuell gerade Fakt ist. Wir haben den Fakt, dass wir hier untergeordnet einen Abwärtstrend haben. Also der aktuelle Trend, wenn man mal nur den aktuellen Trend nimmt, ist hier ein Trend, der nach unten gerichtet ist. Hier haben wir einen Aufwärtstrend. Dieser Aufwärtstrend wird erst dann gebrochen, wenn der Markt hier unten drunter läuft. Das heißt, dadurch, dass diese Spanne hier zwischen 1,27 9,77 und dem Hoch hier unten bei über 1,33 so weit ist, kann sich natürlich auch ein Untertrend bilden. Und das haben wir jetzt hier. Dieser Trend stellt die Korrektur dar. Wer nur diesen Trend hier betrachtet, der weiß dann, okay, wenn es jetzt nach oben geht, dann wäre das erste Mal ein Rebound von diesem Korrekturlevel hier, von diesem Ausbruchslevel, von dieser Unterstützung. Also ein Abprallen sozusagen nach oben hin. Wenn das der Markt spielt, ja, und Sie beziehen sich auf diesen Abwärtstrend, dann wissen Sie, es ist lediglich eine Korrektur. Im Kurzfristbereich könnte es, dann sollte er positiv spielen. Dann wären hier die ersten Anlaufpunkte erst einmal das Tageshoch vom Freitag bei 1,30 8,99. Wenn es dann noch ein Stück weiter läuft, hätten wir hier das nächste Tageshoch, wobei das schon ganz schön viel an Kerze dann für einen Tag wäre. Das steht bei 1,31 7,92. Auf der Oberseite setzt sich dieser Abwärtstrend allerdings fort. Das heißt, läuft die Korrektur noch etwas tiefer, dann sind wir hier dabei, erst einmal das Tagestief vom Freitag zu unterscheiden und danach läuft im Chart das nächste schon auf. Schauen Sie, wir haben hier zwei Tagestiefs hier drüben um die Marke von 1,29 7,36. Und etwas tiefer haben wir auch noch ein paar Tagestiefs liegen, die angelaufen werden können bei 1,28 9,51. Hier haben wir wieder eine Situation, wo es in beide Richtungen gehen kann. Wir haben am Freitag gesehen, der Markt lief hier drunter und kam wieder hoch. Wir werden jetzt sehen, was passiert nach den Wirtschaftsnachrichten. Denke ich, haben wir gute Chancen, dass der Markt wirklich gut reinkommt und wir hier etwas an Bewegung sehen. Dann werden wir sehen, wie sich der Markt entsprechend hier an dieser Stelle positionieren wird und dann entsprechend in die eine oder andere Richtung mit drehen wird. Ein Blick in die kleineren Zeiteinheiten zeigt uns halt auch an, dass wir hier in der Stunde logischerweise hier den Markt nach unten gerichtet haben. Und was wir jetzt hier sehen, ist sozusagen wieder ein untergeordneter Abwärtstrend in der Stunde, der läuft weiter. Aber wenn der entsprechend rumdreht, das heißt, wenn wir hier sozusagen den Schub nach oben gesehen haben, dass jetzt korrekt tot ist und dann der Markt wieder drüber läuft, also hier über dieses Hoch sozusagen hier oben drüber geht, dann hätten wir die Situation, dass wir untergeordnet einen Aufwärtstrend haben. Und dieser Aufwärtstrend, der hat natürlich dann das Zeug etwas nach oben zu laufen. Das wäre dann der Rebound. Anlaufpunkte, wie schon gesagt, die ich hier rausgenommen habe aus dem Tagesschart. Die sehen wir auch hier im Stundenschart beispielsweise hier. Diese Marke von 1.30.8.9. Beziehungsweise dann hier ist ein Anlaufpunkt, hier ist ein Anlaufpunkt und dann entsprechend natürlich auch hier oben in diesem Bereich. Also wir haben nach oben hin das Ganze deutlich liegen und nach unten hin sehen wir es auch im Stundenschart, wo Anlaufpunkte sind. Das ist jetzt hier Zufall, dass das mit den Tagesscharts übereinstimmt, weil wir haben ja hier schön den Trendverlauf auch nach oben und wir wissen ja, wenn das Ganze dann nach unten läuft, hier könnten, dann entsprechende Orders warten im Trendverlauf und die liegen dann entsprechend auch hier bei den Marken, die ich für Sie markiert hatte. Also Sie sehen, der Blick in die untergeordneten Zeiteinheiten ist auch hier wieder interessant, gibt uns eine gute Einschätzungsmöglichkeit von dem, was der Markt uns hier eventuell in Zukunft bieten könnte und wo wir unsere Setups entsprechend auch reinlegen können. Als nächstes schauen wir uns mal den US-Dollar, Schweizer Franken an. Hier ein Markt, der wirklich sehr, sehr, sehr schön stabil gelaufen ist. Wir hatten vor ein paar Tagen schon mal auf diesen Markt drauf geblickt. Da standen wir hier unten, da hatten wir diesen guten Widerstandsbereich beziehungsweise Unterstützungsbereich hier in diesem Markt bei 0,95773. Heißt also hier, da kam die Umkehr. Das war das Umkehrsignal. Erst lief es drüber, dann ging es direkt, wo wir drunter waren, wieder drüber über diese Marke. Da wurde dann sozusagen kurz aus der Unterstützung ein Widerstand und danach direkt wieder eine Unterstützung. Also es ist eine Drehzone 0,95773 hier in diesem Bereich. Danach ging es steil nach oben auf. Und das ist jetzt hier an dieser Stelle sehr, sehr interessant zu sehen. Sie sehen die kleine Grafik, die ich hier gemacht habe. Ich nehme das mal ganz kurz raus. Das stört uns hier ein bisschen im Chartverlauf. Die zeigt uns jetzt an, was hier möglicherweise passieren kann. Heißt also, wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen. Auf einer Seite haben wir hier eine Fahnenstange. Da werden jetzt viele sagen, oh Gott, eine Fahnenstange, die kaufe ich am besten gar nicht hoch. Es ist viel zu riskant. Ja, natürlich, das ist sehr riskant. Ich persönlich bin auch kein Freund, in Fahnenstangen reinzukaufen. Man muss halt wissen, je weiter so eine Bewegung gelaufen ist, je höher wird die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur. Und jetzt kommt allerdings ein Aber. Man muss das Ganze immer im Gesamtschartverlauf sehen. Weil wenn wir mal schauen, ein Stückchen weiter links, hier drüben, als es schon mal auf dieser Unterstützung hier unten, die ich grün gekennzeichnet habe, abging, wie weit der Markt gelaufen ist. Der ist dann quasi durchmarschiert bis hier oben hin, ohne eine wirkliche Pause. Das Ganze kann natürlich auch passieren. Das heißt, geht diese Bewegung hier nach oben weiter, wie sich es momentan auch schon so ein bisschen andeutet, dann sind die nächsten Anlaufpunkte hier im Tagesschat erst einmal die naheliegenden Tageshochs. Das Gottchen, der Knoten in der Zunge. Zum Montagmorgen ist die Zunge noch nicht ganz so locker. Das heißt, wir haben hier die Anlaufpunkte um die Marken von 0,98,470 bzw. 0,98,653. Das ist das, was als nächstes hier auf der Oberseite liegt. Diese beiden Tageshochs, die ich hier so ein bisschen dicker markiert habe, die sehen wir auch, die liegen hier so ein leichtes bisschen an einem Widerstandsbereich. Hier ist der Markt schon mal draufgelaufen, wieder hochgedutzt und dann hat er hier eine Fortführung gemacht. Das heißt, hier oben haben wir einen leichten Widerstand liegen, aber wir werden sehen, was der Markt macht. Wie schon gesagt, hier die Stärke, wenn sie da bleibt, haben wir gute Karten, dass Ähnliches passiert wie hier drüben und den Markt ganzes Stückchen auch mit nach oben schiebt. Auf der Unterseite hier, da gibt es hier einige Punkte, die interessant scheinen für eine mögliche Korrektur. Das heißt, läuft der Markt doch nicht einfach so durch. Dann wäre hier dieser Bereich, den ich hier mit hellblau markiert habe, um die 0,97,892. Das ist ein Bereich, Sie sehen es, hier ging es mal drüber, hier ging es drunter, hier sind wir wieder drüber. Das heißt, das wäre der erste Widerstandsbereich bzw. Unterstützungsbereich. Wir kommen ja von oben. Der zweite Unterstützungsbereich würde dann hier liegen an dieser Marke bei 0,97,632, als der Markt sozusagen hier über diese Hochs drüber gelaufen ist mit dieser starken Bewegung. Das wäre auch noch ein Anlaufpunkt auf der Unterseite. Und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz darauf zurückkommen, diese starke Bewegung, die wir hier gesehen haben. Schauen wir uns das mal im Wochenchart an, dann sehen wir einfach, dass das hier sozusagen im Wochenchart auch ein sehr, sehr stark nach oben laufender Markt gewesen ist. Das heißt, wir kamen hier unten von sehr tief unten und der Markt hat einfach einen Wahnsinnsmoment bekommen, um das Ganze hochzuschieben. Und da hat er hier oben wieder reingedreht sozusagen. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist sozusagen auf der Woche auch die Korrektur des Ganzen. Und die lief halt tief ab und wenn diese Trendbewegung wieder aufgenommen wird, dann haben wir halt wirklich gute Karten, dass der Markt, wenn er hier diesen großen Trend bildet, doch die Chance nutzt, um nach oben zu laufen. Und das ist dann das Potenzial, was wir hinten raus auch noch haben, was wir sehen können im Markt, wo wir mal sehen, welches Potenzial kann der Markt denn abrufen, wenn es weiter so in der Situation läuft wie jetzt. Deswegen die Blicke in die unterschiedlichen Zeit erhalten, machen in diesem Momentum auch mit Sinn. Das heißt, hier wieder zurück in den Tagesschat, wenn das Ganze hier weiter läuft, dann haben wir die Chancen hier in die höheren Marken reinzulaufen. Und für diejenigen, die das Ganze so ein bisschen timen wollen, nutzen Sie einfach die untergeordneten Zeiteinheiten und die Trendverläufe, die sich immer wieder ergeben, wo wir hier entsprechend reingehen können. Schauen Sie hier, an dieser Stelle kann man beispielsweise ein Dreieck sehen. Sie sehen hier diese ansteigenden Motivs und wir haben oben sozusagen so ein bisschen wie einen Deckel drauf hier. Und wenn der Markt das oben drüber spricht, das ist eines der sehr interessanten Kussverläufe dieser Korrekturmuster hier, das wäre dann der Bruch nach oben und das wäre dann hier in dem Moment der Ausbruch aus diesem Korrekturmuster, was wir hier in diesem Bereich haben. Hier ähnliches gab es ein Stückchen tiefer, ist kein Dreieck gewesen, sondern war mehr oder weniger so ein flacher Verlauf nach drüben. Ähnliches hier. Der Markt lief schön runter und hat dann den Bruch nach oben gemacht. Das heißt, hier lief es so leicht schräg nach unten und dann ging es dann schwupps nach oben, richtig brutal drüber gebrochen. Und dann sehen wir hier drei schöne Kerzen, die nach oben laufen und die werden dann korrigiert. Ist eine kleinere Zeiteinheit, muss man einfach wissen. Aber Sie sehen, was hier an Bewegung auch entsteht. Und das ist das, wo wir sehen, dieser Trend ist weiterhin intakt und dieser Trend wird sich fortsetzen. Ja, wie man so schön sagt, bis er bricht und da keiner von uns weiß, wie oder wann er brechen wird, haben wir hier immer wieder die Möglichkeit, Stück für Stück nach oben mitzulaufen und aus bestimmten Korrekturmustern heraus das Ganze dann entsprechend zum Trading auch benutzen, um in so eine Bewegung noch mit reinzukommen, um dann ein Stückchen aus dem Kuchen noch mit abzuschneiden. Schauen wir mal, was der Markt uns hier bildet. Spannend ist es auf alle Fälle, das Ganze hier im Trading als Handelsidee mit aufzunehmen. Spannend genug, um den Titel auf der Watchlist für den Tag auch zu haben. Und nun zum dritten Währungspaar für heute, der US-Dollar, japanische Yen. Auch den hatten wir ja vor kurzem schon mal hier miteinander angesprochen, aber immer wieder an tieferen Stellen. Das heißt, wir haben hier einen sehr, sehr, sehr starken Markt. Sie sehen hier grün eingezeichnet, mal der große übergeordnete Trend hier auf Tagesbasis. Unten drunter haben wir das Ganze dann auch trendförmig laufen und der Markt schiebt hier auch massiv nach oben. Wir hatten hier, da muss ich jetzt den Chart mal etwas kleiner machen, dass wir etwas mehr Historie sehen. Schauen Sie, wir hatten hier hinten diesen Bereich, diese Marke um die 113,705 am Freitag. Das war das Widerstandslevel, wo wir hier gehalten haben. Und der Markt, der, den drängt es einfach auch wahnsinnig nach oben. Das heißt, wenn wir diesen Schub aussehen, dann sehen wir hier auch weite Bewegung innerhalb dieses Ganzen. Dieser Trend steht auch jetzt mittlerweile weit in seiner Bewegung. Das heißt, es kann auch passieren, dass eine Korrektur mal kommt. Aber momentan sehen wir einfach, wie sich dieser Markt Stück für Stück weiter nach oben arbeitet. Und mit Blick in diesen längeren Zeithorizont, da sehen wir auch, was der nächste Anlaufpunkt auf der Oberseite ist. Wir haben hier das nächste Widerstandslevel um die 114,596 hier oben liegen. Und so wie der Markt aussieht, schiebt er einfach dort oben rein. Und deswegen auf Tagesbasis das Ganze hier mit steigender Frequenz wird natürlich das Risiko einer Korrektur höher. Aber wir wissen ja nicht genau, wann das Ganze entsprechend auch kommt. Das heißt, wir können diesen Markt einfach nehmen und aus den kleineren Zeiteinheiten heraus mal schauen, dass wir beispielsweise aus den Korrekturen der Stunde heraus Einstiege finden. Und das, was wir hier momentan sehen, ist eine mini, mini flache Korrektur gewesen hier. Da ist also wirklich jetzt nichts gewesen. Den Markt treibt es einfach nach oben. Sowas hier ist dann natürlich immer interessanter zu sehen. Und wenn wir sowas sehen, dass der Markt hier oben dann entsprechend eine Korrektur macht, beziehungsweise runterläuft, dann nehmen wir einfach diesen Aufwärtstrend in der Stunde, nehmen den als Richtungsgeber und handeln den dann aus den 5 Minuten beispielsweise raus. In der jetzigen Situation ist es hier so, dass sich dann nach meiner Sichtweise nicht unbedingt etwas ergibt, wo ich sage, jetzt steige ich hier in den 5 Minuten ein und gehe dann auf eine Trendwende in den 5 Minuten in Richtung des Tages rein, in Richtung der Stunde ein. Die Stunde steht jetzt hier am Hoch. Das heißt, das ist ja der Punkt, wo sich der Trend fortsetzt. Da mag ich in den 5 Minuten einfach nicht mehr treten, weil dann natürlich die Wahrscheinlichkeit einer Umkehr, also einer einsetzenden Korrektur, immer größer wird hier an dieser Stelle. Interessanter ist es dann wirklich, wenn man hier solche Verläufe dann sieht. Und das ist ja das, worauf wir uns spezialisieren können hier, dass wir einfach die Marken uns suchen, wo wir sehen, hier ist Bewegung drinnen und dann nutzen wir einfach die Korrekturen hier raus. Das heißt, hier unten kam der Markt ja hoch, schiebt dann drüber oder schiebt jetzt drüber und das wäre das, was wir dann entsprechend nach oben traden können. Schauen Sie, die Stunde ist noch nicht so weit weg und hier müssen wir mal sehen, was sich hier ergibt. Aktuell ist das eine Korrektur, so ein bisschen über die Seite. Das heißt hier, solange wie wir noch nicht dynamisch oben drüber laufen, ist es halt eine Korrektur, die wir hier haben. Der Markt ist da noch nicht oben drüber gelaufen und das bringt uns halt in die interessante Sache zu sagen, wenn sich hier ein Muster über die Seitwärtsgeschichte, also eine Art flache Trading Range auch entwickelt als Korrekturmuster, dann können wir dieses Korrekturmuster als solches nehmen und wir wissen ja, was wir dann zu tun haben. Das Ding ist übergeordnet long und wenn der Markt hier stark bleibt, wäre sozusagen dann ein Ausbruch über die Oberseite der Signaltrigger und dieser Event wäre dann beispielsweise, wenn man den hier in der Stunde tradet, dann kaputt, wenn der Markt hier unten drunter läuft, bleibt die Stärke drinnen, schiebt es den Markt nach oben, ansonsten, wenn sie zusammenbricht, war es ein Versuch und die entsprechende Absicherung dann hier unten in diesem Bereich unter dem Event sozusagen, wenn der Event zerstört wird, dann hat der Trade keine Berechtigung mehr, wenn man die Seitwärtskorrektur tradet und das ist ja genau der Punkt, den wir hier entsprechend sehen wollen. Ähnliches, schauen Sie hier drüben im Chart, hier haben wir so eine Korrektur gehabt, die so seitwärts auch verlaufen ist, beziehungsweise schräg abwärts, nicht seitwärts. Hier ist so ein Kanal nach unten und da haben wir den Bruch nach oben aus diesem Kanal, der schubt dann schön nach oben und hat dann die Bewegung schön weiter fortgeführt. Also wir können hier wirklich sehr, sehr schön aus Seitwärtskorrekturen kaufen, beziehungsweise leichten Abwärtskorrekturen, das sehen wir hier in diesem Markt immer wieder ähnliches, haben wir hier unten gesehen, schauen Sie hier an dieser Stelle, hier hatten wir hier so den Deckel oben drauf und dann hier unten den Boden, also ähnliches wie hier oben, die Linien, die schieben immer mal hoch, bitte nicht verzagen hier, wieso ich das so schräg, die springen automatisch runter. Ich ziehe es einfach mal hier oben rauf, ich hoffe Sie sehen worauf es mir ankommt an dieser Stelle hier. Das war das Korrekturmuster mit diesen bisschen krummen Linien, die sollen eigentlich gerade sein, als Kanal ähnliches wie hier oben und dann gab es den kleinen Schub und Sie sehen, das kann man dann halt in den kleineren Zeiteinheiten gut nutzen, um das Ganze zu traden, um einfach den Schub mit rauszunehmen und das haben wir jetzt hier auch und wenn das Ganze nach oben bricht, dann haben wir hier einen Fortlauf der Bewegung hier, beziehungsweise das ist ja dann die Bewegung des Tagesscharts, beziehungsweise hier die Fortsetzung dieses Trends auf der Stundenbasis, das dann für die kleinen Zeiteinheiten zum Traden in den Verlauf hier oben um den rot markierten Bereich hier bei 114, was hatte ich vorhin gesagt, in die Marke rein, warten Sie, wir schauen noch mal ganz kurz, das kam hier oben drauf, bei 114,596, also hier der nächste Widerstand. Damit für die Handelsideen heute alles so weit besprochen, ich schaue gerade in den Chat hinein, da gibt es keine neuen Informationen, also danke für Ihre Zeit, ich wünsche allen einen guten Start in die Woche nochmals, gute Trades heute für den laufenden Tag und morgen früh gibt es natürlich wieder den Einblick in ein paar interessante Charts mit den Handelsideen im Blog und danach um 8.30 Uhr hier auf Facebook Live. Herzlich willkommen dann für den morgigen Tag heute, alles Gute, machen Sie es gut und erfolgreiches Trading. Bis morgen, tschüss, Ihr Mike Seidel.